so hallo ihr langweiler draußen willkommen zur letzten folge weiß zumindest für heute ja genau nie so für immer ja wir hören jetzt auf so wie es gerade nur noch live stream kann sich mit dem internet nicht mit dem internet ja warum kann ich das nachvollziehen sag ich weiß es nicht okay also redstone ist das harvest level kannst du mir mal die dia pickaxe geben ich muss ja leider absolut bitteschön nach apropos kann ich eigentlich auch direkt im netter machen falls ach nein dafür erst mal öl suchen gehen aber vier zellen brauche ich für die ganzen maschinen dinge da oder wenn du da wieder hochkommst ich baue jetzt hier einfach mal den weg zu weil von da kommen irgendwie immer so ein bisschen viele fiecher raus die popas genau ich habe ein bucket wo habe ich den ganz so ganz dreist der arschgeigen arschgeige ich bin da bin ich gut ich bin wieder weg bin ich nicht gut doch finde ich auch gut jetzt muss ich nur rausfinden was ich da gerade bauen wollte ja scheiße ok funktioniert nicht ok es gibt ein harvest level kobalt das ist natürlich richtig lustig ach das ist noch drüber überhaupt zu dir oder was offensichtlich ok ach wir haben die ganzen metallurgy spitzhacken ja leider nicht eingefügt ne ah fuck das war dumm war ein dummer 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 fehler ok aber ich kann mit der grünen pickaxe obsidian abbauen das ist gut heißt sie ist wie eine dia pickaxe oder gut und schneller so wie kriege ich das buch ok vor allem gibt es von dem zeug einfach viel viel mehr ok also öl explodiert übrigens im meter ok habe ich gerade herausfinden dürfen öl explodiert ja macht doch sinn ja naja eigentlich würde es ja mehr sinn machen wenn es anfängt zu brennen einfach also naja weil es schon einfach unfassbar heiß ist wird das halt einfach so schnell verbrennen dass es explodiert macht schon sinn na doch ja gut ok was ja fluchtartig in die luft verteilt wird ach so du meinst so so aerosol mäßig ja keine ahnung was ist das jetzt haben wir zwei dna extractor das war natürlich doof ja gut haben wir noch ein backup ja jetzt muss trotzdem rausfinden was das war das war doch der splitter oder habe ich doch gesagt nein du hast extractor der sein das werde ich noch nie das war genau das ding mit dem dia ja aber wir haben doch noch die ja trotzdem scheiße außerdem darf ich jetzt noch mal vier zellen weisten dafür darf ich hier dumm durch die höhle rennen und mich verlaufen und dabei nicht mal aber finden dann brauche ich aber noch mal ein bisschen ja das reicht genau perfekt müssen uns nachher noch mal die arbeit machen die ganzen metallurgy pickaxes da auch einzutragen ja ich weiß eigentlich inwiefern das gehen wird weil mein das war ja doch das ja nee das waren ja diese diese teile nee das war das was anderes das war die construct richtig ich dachte wir hätten nur die raus gelassen wir haben nur die metallurgy sachen raus gelassen weil das so unendlich viele waren ach ja okay ja gut müssen wir die halt noch machen guck mal ich habe noch eine kiste gefunden mit led und ein paar tracks und einem gregtag manual ja cool finde ich das auch mal und einem 1fm love classics ich glaube ich habe was fürs radio gefunden cool ist möglich deswegen funktioniert das hat das radio funktioniert was ist hier drin a freezing spray thomium ex cover-up du scheiße eigentlich will ich hier nichts rausschmeißen aber ich muss ja und noch minecart minecart brauche ich nicht ich nehme dich mit und das gold nehme ich auch noch mit jetzt weiß ich mich weggeschmissen wird schon nicht so wichtig gewesen sein tut mir immer noch leid dass es so dunkel ist ich habe wieder vergessen fackeln mitzunehmen und das problem haben sie so funktioniert das gerade nicht was soll funktionieren was funktioniert nicht ach das ist ja nie dass das basic dna dictionary aber es ist klar dass es nicht funktioniert wenn ich es mit dem material versuch das war das sieht auch aus wie ganz normales ich habe wurden tnt karts na gut brauche ich eigentlich nicht aber ich habe britisch komme die noch ein radio shit gott wie viele minecarts mit chests ich einfach finde ja schon so ein bisschen viele scheiße so also jetzt hier dna splitter das ist der richtige hast endlich den richtigen splitter gefunden ja ja so natürlich kein strom kriegt ma warum gibt es hier denn keine scheiß lava alter ich werde nie wieder herausfinden meinste das ist shale shale sieht glaube ich ganz cool aus nach shale ist was ganz anderes oder was ne nehm ich einfach ein bisschen was mit das sieht nämlich echt nett aus wahrscheinlich so so für weg und so sieht das cool aus und also das women lava gehen kann ich auch mal gleich bestücken ja natürlich ich nehme davon jetzt so ungefähr das war natürlich smart so ein stack mit und schauen wieder an der oberfläche an wie das so aussieht so ähm trotzdem würde ich gern irgendwie wieder raus kommen dann muss ich mich wahrscheinlich einfach nach oben buddeln warum gibt es hier aber auch keinen scheiß lava Hilfe der hat mich einfach gerade aus dem spiel getappt und dann war es noch nicht mehr irgendetwas wichtiges aha hm hm warte mal ah jetzt kann ich mir mal ein oh ne kann ich nicht scheiße aber ich kann irgendwas wegwerfen strings so und jetzt habe ich ein obsidian von zwei die ich brauche gut ziemlich gestaked skelett das kreosotöl das kreosotöl hätte ich auch schon irgendwie gerne aber ja 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 aua 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 au lavagen läuft gerade doch nur bescheid wenn es fertig ist dann komme ich und ja das wird ein bisschen dauern weil braucht 22 stufen wie weniger ist es fliegen gehen immerhin ja aber trotzdem eine menge und wenn du viele lavagener noch hast dann ich bekomme gerade aber nur basic war ist ja auch egal und haben sei der was gelette du affe da krieg ich dir doch nicht du apfel also 12 habe ich schon fünf basic gene habe ich noch nicht momentan noch mehr okay noch ein sattel auch nur für alles für den arsch was ich hab alles für den arsch scheiß auf das schwert wie viele cheska auch so das hatte ich schon mal aber trotzdem wie viele cheska in katz ist hier denn bitte ich muss mir jetzt noch einen scratcher bauen ja leckt mich doch am arsch floppy disk muss ich natürlich auch irgendwie block auf stil ist natürlich sehr geil led und silber kann ich mal da lassen ja okay die findet ihr ob kann ich auch noch einsetzen alter falter denn der scraper noch mal steel ingots sind cool und den rest kann ich eigentlich auch drin lassen ich hätte den scheiß backpack mitnehmen sollen ich will immer noch ein backpack der backpacks dort die backpacks dauerung ja aber ich habe dingens craft ja nicht drin wie hat wie hieß es noch jetzt haben wir wirklich absolut kein eisen workbench minecart eigentlich hätte ich schon gern so ziemlich alle radiosender die ich finde mitgenommen aber es macht es mir echt schwer das ist gregg tech manual 2 scheiß auf glas ne portal gun habe ich ja bis jetzt auch noch nicht gefunden obwohl ich so viele minecarts gefunden habe kommt schon nur oder glaubst du kann es sein dass ich gibt es den mord überhaupt können Sie mal kurz nachschauen mach ich gleich also den den portal gun mod ja ähm ja den gibt es dann ist ja gut ich habe keine lust mehr mir fehlen noch vier basic gene dann ist es komplett soll ich endlich mal das klein gehen das zweite fly und infinity wegschmeißen ja brauchen werden sich nicht bevor sie jemand anders kriegt lieber wegschmeißen ja ich habe lava gefunden wichtig so das reicht auch schon so das ist nochmal ein basic hallo zombies sind echt klasse sind halt ziemlich klassisch ne wie macht man eigentlich dann diese antigene was sind das für antigen eigentlich äh das ja das ist wenn du ein effekt wenn du ein gen hast und willst du es wieder wegkriegen von dir das ist eine verdammt gute frage das google ich irgendwann mal so jetzt will ich erstmal wissen wie ich das scheiß radio hersteller alter radio aus open blocks ok das einfach relativ zu ist gerade noch einmal der was neues das macht sich verdammt gut als weg ja okay was hast du neues resistance das ist dann wahrscheinlich für weniger schaden behalte es mal okay wir müssen aber auch gleich wieder schluss machen ja ich will nur das eine ding hier gerade noch fertig machen eigentlich ein stil enden will ich brauche noch ein basic gehen dann nicht fertig ja habe ich so gut das resistance google ich jetzt einfach mal guck ob das brauchbar ist trotzdem die folge beenden ja ich hab's gleich so ist es nämlich fertig gut dann gehe ich ins haus und dann würde ich sagen dass die folge nicht gelangert hat lassen bewertung da bis zum nächsten mal falls ich ins menü komme und wir haben eine minute überzogen ja egal und tschüss